Guten Morgen, das erste Mal an Land quasi. Wir haben jetzt angelegt in Costa Maya und können dann gleich auch von Bord. Leider müssen wir jetzt hier einmal wieder eine Maske aufsetzen, aber dafür gibt es sogar eine schöne Stoffmaske mit dem Emblem von Royal Caribbean, quasi drauf mit dem Firmenlogo. Das aber auch wirklich nur, wenn wir die Gangway runtergehen und durch das Hafengebäude. Das ist halt eine Vorschrift von Costa Maya von den Behörden hier, hat also von Royal Caribbean jetzt nichts zu sagen oder beziehungsweise hat Royal Caribbean nichts zu sagen. Aber wenn wir dann das Hafengebäude verlassen und immer im Außenbereich sind, da braucht man keine Maske tragen. Nur in Innenräumen herrscht hier dann an Land auch noch Maskenpflicht, aber eigentlich haben wir nichts geplant, wo wir in die Räume müssen. Das heißt, wir müssen das gleich nur einmal auch wieder machen vom Schiff runter durch das Hafengebäude und dann gucken wir mal, was wir so hier an Land treiben. Ausflug oder so haben wir nicht gebucht, erst für morgen wieder. Wir genießen das jetzt einfach, dass wir mal wieder auf eigene Faust an Land dürfen. So, bis zu 28 Grad heute werden, haben wir schon mal Sonnenhutleber mit aufgepackt. Ja, und dann gehen wir jetzt mal zusammen los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.